Du hast deinen Platz im Kader verloren. Wie schwierig war dieses Wechselbad für dich? Du musst immer arbeiten. Du kannst immer noch mehr lernen und besser werden. Dass ich gut genug bin für Nürnberg. Es ist immer mein Kommandos am Platz. Wenn du guten Support kriegst, dann spielst du auch besser. Ich danke dir jedem. Ich liebe die Fans, ich liebe alle. Ja, das Gefühl, dass die Winning-Mood geht. Jetzt spiel ich. Bildhuis. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Vielen Dank.